Hallo ihr Lieben, wir ziehen heute eine Tageskarte für den 4. Jänner 2022 und zwar aus dem Light Seas Tarot. Das haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Werden wir schauen, was da für eine Karte rauskommt. Für den 4.1. Und sie ist schon geflogen. Die 4 der Schwerter. Die 4 der Schwerter ist eine Karte der Heilung. Das bedeutet, wir dürfen jetzt mal rasten, wir dürfen mal uns zurückziehen, wir dürfen mal wirklich in uns gehen und schauen, wo sind vielleicht noch irgendwelche Wunden oder Traumata, die zu heilen sind. Wo kann ich mich einmal wirklich für mich selber, wo kann ich für mich selbst etwas tun. Das heißt, man darf gerne ein Schaumbad nehmen, spazieren gehen, meditieren, tut irgendwas, was eurer Seele gut tut. Weil das ist wirklich die Karte, die besagt, du brauchst jetzt ein bisschen Rückzug, du hast dich vielleicht ein bisschen zu sehr verausgabt, dein Körper braucht vielleicht ein bisschen Ruhe und vielleicht ist es auch schlicht und einfach nur etwas mehr Schlaf, den du momentan brauchst. Das ist die Tageskarte soweit. Jetzt schauen wir mal, wer ist der Glückspilz und was die Glückszahl. Glückszahl heute ist die 9. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Baba.